Hallöcher Leute und willkommen zurück zu GTA Online mit Laser Gurgel Avenger, Next Trip und Ameisen 23. Da ganz unten ist eine Liste. Hallo, erstmal. Hallo. Hallo, ja. Und, ja, was machen wir hier? Was fein ist, eine Spieleliste, erstellt von der Gurke. Ja. Ja, möchtest du irgendwas dazu sagen? Die Rennen sind lustig. Wie ist das so unmotiviert? Genau so wie ich lustig bin. Also fangen wir jetzt an, startlos, wir sagen nichts mehr dazu und los. Okay. Das ist angeblich die weltgrößte und längste Rampe, die jemals gemacht worden ist. Kann nicht sein. Erstellt von dir? Nee, erstellt von Ryan Sims. Und natürlich auch Hallo an alle anderen, die da gerade runtergefallen sind. Ich bin der Einzige, der noch gestimmen geblieben ist. Ich stehe auch. Aber nur weil man sich da sieht halt, genau. Sportwagen. Oh, ist jetzt wieder was auszusetzen, ey. Ich sag doch nur, Sportwagen, was ist denn los? Das ist voll von Faktik. Sportwagen. Ey, guck jetzt mal die Leute, die an in der Lobby, wenn du fährst. Sieht nicht so lustig aus. Das ist so lustig. Na, jetzt wird die Maskar... Wie ist das so ein Zappel? Eieiei. Was ist denn hier passiert? Also Dave steht bei mir irgendwie ganz oben auf sowas. Richtig weit oben stehst du. Ach, wie geil die Wessel aus. Füße alle im Kreis. Alle stehen so im Kreis und zappeln so rum. Kein Kontakt. Ja, natürlich. Gott sei Dank, Alter. Da ist nur eine Rampe. Es gibt ein riesiges Geficke. Gibt das? Ihr Ficke. Geficke. Ey, jetzt pass mal auf, wie es da gleich runtergeht. Ich sag's dir. Da geht's richtig rund. Oh, ich hab keinen Superstart. Ich deb. Wo geht's denn dann hin? Okay, wir müssen da rüber. Ist mein Auto gedreht? Nee. Scheiße. Doch so. Komm, nicht kaputt gehen. Jawohl. Nein, scheiße. Du bist kaputt, du wirst nie mehr explodieren. Schlechteste Idee ever, dass hier das Auto kaputt geht. Aber jetzt müssen wir gar nicht von oben nochmal anfangen. What the fuck? Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Für euch. Aber nicht. Für mich. Das ist gut. Oh, eines hinter mir ist explodiert. Das war Enrico. Nein, nein, nein. Okay, ich bin gelandet. Ja, das ist voll krank, hier runterzufahren. War rückwärts einfach runter. Nein, ich bin wieder kaputt. Ich drehe mich hier mal irgendwie. Oh, mein Mann. Komm, fahr, fahr. Ja. Einstrecke. Nein. Oh, Glück, danke, Tanne. Danke, Tanne. Ist der Neue, der Typ der Tanne LP. Was? Ja, Wand LP, Tanne LP. Nein, ich meine die Tanne hier, die hier rumsteht. Lasanien LP. Was für ein LP? Ja. Guten LP. Ja, gibt's bestimmt auch, da wird nicht alles drauf. Alter, wie ich hier überhaupt... Vielleicht sollte man hier einfach mal ein bisschen... Oh, sauber. Noch einer und noch einer. Ich hoffe, es sind Leute, die alle vor mir sind. Ja, mein Auto dreht sich nicht. Das rutscht einfach nur so ganz langsam runter. Ja, bis es stehen bleibt, genau. Oh, wie behindert. Beschwerd euch mal nicht. Oh, hi, Trap. Ich bin schon ganz alt. Hi. Habe ich dir geholfen? Ah, nee, das ist ja kein Kontakt. Scheiße. Kontakt hätte man hier anmachen müssen. Ja, hier ist es so lustig gewesen. Man kann's ja nicht irgendwie so einstellen. Am Anfang nicht und dann doch. Hier. Kleinkarierten. Kleinkarierten. Du bist doch der Hacker unter uns. Du kannst doch sowas machen, Mann. Alex, Spreitwarte. Nein, ich stehe gerade auf einer senkrechten. Auf den Stein rauf in der Wange wiegt sich kein Stück mehr. Ah, ja. Jetzt hast du eine Arsch gerade ohne Kontakt. Aber du musst wippen. Warte, doch, doch, jetzt geht das. Ich konnte Gas geben und so schräg drücken. Dann hat er sich nochmal runtergedreht. Scheiße. Avenger, bist du eigentlich schon von da oben weg? Nee. Ist ja wieder sowas für Avenger hier dazu. So ein Schwachsender Sex-Ring zu machen. Haha, ich wusste es. So ein Anfänger. Oh nein, komm. Und meine Leute, es ist Mitternacht. Und dann so eine Scheiße. Ja, genau jetzt, Alter. Jetzt noch erzählen, warum es so spät ist und so. Noch 15 Sekunden. Wer ist wieder schuld? David ist schuld. Nein, ich Idiot! Okay. Es war gar nicht so schlimm. Wieso ich überhaupt so umschreie? Noch 5 Sekunden, dann ist Mitternacht. Oh, es ist schon Mitternacht. Es ist um diese Zeit ein Crumble. Es ist Mitternacht. Oh, Junge. Was los? Oh, Junge. Drei morgens. Ich Idiot. Alter, da kommen ja schon die anderen. Oh, Junge. Mitternacht. Lass es mal sich einfach machen. Boah, ich hab es unten in den Strand geschafft. Komm, jetzt ganz easy hier. Okay, ich bin nicht auf dem Trepsche, aber... Was ist denn hier los? Bob, 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 Bob. Aber auf dem vierten. Nein, verrückt jetzt. Cornel Pro hat es auch verkackt. Boah, verdammt ey, dass ich da kaputt gegangen bin, dat war. Scheiße. Nie, nur 2000 Dollar. 740 RP. Nein. Broken Bone. Herzlichen Glückwunsch. Komm, komm, geh dich doch. Boah, ich scheiß drauf. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Ey, meine Hose kacken. Also, da kam ich auch nochmal durch. Auf den achten. Ey, weil ich so behindert hängen geblieben bin, ey. Oh, jetzt ein Zweikampf zwischen Avenger und Ameisen. Ich fasse den nicht mehr. Ich lasse mich einfach nur von der Rampe runterfallen. Alter, what? Ach, das ist ja mies. Das stimmt, es gab ja erst ein ganz Spiel von. Als Checkpoint. Checkpoint, yeah. Die beendet alles Noobs. Nein. Keine Noobs hatten halt Pech. Ja, okay. Noobs. So. Die hatten Pech. Hä, das sind doch Noobs. Hat das denn Feindes als nächstes für uns? Ich doch nicht. Was er erstellt, Freund. Sollte du doch die Hälfte löschen, hast du gesagt vorhin noch. Das war eigentlich gar nichts mehr. Erzählt mal. Ja. Liebe Zuschauer, der hat 16 Rennen, hat der ja. 16 Rennen wollte er mit uns machen. Ja, und? Und? Das soll ja ein Grand Prix werden. Ein Grand Prix soll das werden. Aber ohne Scheiß. Die Hälfte der Liste hätten wir locker geschafft. Jetzt in der Zeit. Wir gucken, wie lange. Also. Ja. Sag's nur, was war. Ja. Ja, weil ich halt ein bisschen länger gebraucht habe. Ey, ich wurde auch total überrascht von dem übelsten Sturm, ja. Ja, ja. Also übelst der Hagel. Übelst der Sturm, es ist so heiß. Ey, der war wirklich da. Der ist von mir ja, also von meiner Stadt ja, rüber turmt in seine Stadt rüber. Genau. Von seiner Stadt in meine Stadt rüber. Weißt du, ich sag nur, ihr habt am Anfang immer gesagt, oh, ich freu mich schon, wenn kein Kontakt ist und kein Kontakt. Äh, wieso machst du denn kein Kontakt? Ich hab das nie gesagt. Ich hab das nicht. Ja, du ja nicht. Aber Herr Weed. Dass diese Option jetzt verfügbar ist, dass man es machen kann, wenn man es möchte oder braucht. Ja. Gerade eben haben wir es auch gebraucht, also am Anfang. Dann hast du auch gesagt, ja, wir hätten jetzt Kontakt. Ne, am Anfang eben nicht, wo alle über eine Rampe müssen. Ganz am Anfang habe ich ja nicht gesagt, kein, also mit Kontakt. Dann dachte ich mir so, naja, okay, bei der Rampe, aber im Endeffekt war es unnötig. So, ich skippe jetzt die ganze Zeit schon durch. Achso, ich sollte mal bereit zum Spielen drücken, weil ich glaube, die Welt wartet gerade nur auf mich. Ne. Okay. Die Welt ist noch nicht bereit für dich. Okay. Dann melde ich mich noch mal ein paar Jahre wieder. Tschüss. So, ich darf wieder gefasst. Ganz vorne starten. Viel Glück. Gut Glück an euch, Alter. Ähm, tschüss, Freunde. Yippie. Yippie-ka-yay. Volker Racho. Rampe taucht auf. Auf einmal. Yay. Juhu. Ach du Scheiße. Oh Scheiße, ich bin viel zu weit von oben. Alter. Nein, ich bin auf der Rampe drauf gelandet. Genau oben drauf. Alter. Ich fahre. Ich auch. Scheiße, Mann. Ich bin vor weit hinten jetzt. Ähm. Ja. Wie genial. Ich wollte das gleich jetzt. Wie, wieder umdrehen? Scheiße. Ja. Es ist der Dragon Ball. So, Vakin. Was ist wohl da? Äh, was ist denn jetzt los? Da, 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 okay. Da nicht. Mann, jetzt land ich schräg, weil er irgendwie hat. Ja, aber jetzt kannst du keinem die Schuld geben, dass er dich blockiert. Also jetzt halt mal bloß die Luft dann. Es hat sich aber genauso angefühlt eben, als ob ich da einer blockiert hätte. Der Enteide, die ist ja richtig scheiße in den Wänden. War locker auf den ersten. Ich bremse, drück nach links. Beschwerden über Beschwerden, ey. Achso, ich brauch ja gar nicht ausweichen, ey. Wird nie los. Ey, ach nee. Nein, jetzt hat er mich schon wieder so weit zur Seite gedrückt. Da kann nicht niemand zur Seite drücken. Ja, die Rampe meine ich, jetzt, sorry. Ich war da hoch und auf einmal hab ich nach links gedrückt. Von ihm? Nein. Ja, von ihm. Der Rampe. Der Typ. Der Böse. Toll, jetzt bin ich siebter. Verdammt, ich bin dritter. Bin direkt hinter dir. Aber ich find's ohne Kontakt besser, weil so sieht man noch, wer der bessere Fahrer ist. Nicht einfach immer dieses, ich schub's an, einfach nur weg. Das ist deswegen besser. Nein. Aber bei diesen Rennen ist das nicht so wirklich nötig. Nö, überhaupt nicht. Wieso hängst du nicht, dass ich durch die Züge durchfliege? Weil echt Brennen darf uns ja auch nicht ramben. So, als krieg ich hier doch gar keinen mehr. Oh, ich bin so traurig. Ganz ruhig. Ich tröste dich. Nicht sich auslachen. Oh, ich glaub ich krieg gleich wieder ein. Dave, mein Freund. Und, Dave. Dein böse Zwillingsbruder. Nein, ich hab's vom Hölgeschaft. Dave, 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 Dave. Oh, alles. Kommt und nochmal. Ich hab Dave gar nicht überholen müssen, also der war irgendwie schon überholt worden. Wurde schon mal. Ich glaub, man kann dein Zwillingsbruder nicht so gut rennenfahren. Scheint so. Anscheinend scheinend. Anscheinend scheint ja so, ne? Wird dir jetzt nicht wieder zur Seite gedrückt werden? Alter, Avenger. Avenger, du sagst eigentlich gar nichts. Fällt mir jetzt schon auf, ne? Scheiß. Ich hab dich gedrückt. Bedrückt irgendwie. Genau. Ich bin in Luft geflogen. Avenger chillt heute irgendwie. Avenger, was ist... Yeah! Ich hab zwei Leute überholt. Bam. Die, die explodiert sind. Ach nee, Nextrip war das, glaub ich. Geil. So geil. Ach so, ne, dann war das wie anders. Dreck Mojo. Du kennst das ja noch gar nicht, oder wie? Genau, oder wie war das gepasst? Doch klar, das ist doch der Schweizer, der ich will dir grad nachhören. Ja klar, Schweizer Pornosynchro. Einfach mal über YouTube eingehen. Auf jeden. Scheiße, wie gedreht. Schweizer Pornosynchro. Aber es ist doch ein Selbstmord begonnen. Nein! Das ist in der Schweiz wahrscheinlich ein anerkannter Beruf. Ne, Ameisen? Ja. Ja. Siehste? Ja. Ne, der hat ja gesagt. Witz tun, kommst du aus Österreich, woher willst du das wissen? Ne. Ne, in Österreich leben doch eh 8 Millionen Pfeifen. Aus Stundendurch sind 8 Millionen Flaschen. Ja, weil die größte Brauerei sind now, hein? Alter, ich bin über die Rampe rübergeflogen, hab das Ding bekommen und bin auf den Drückchen. Ich bin noch drüber geflogen, hab das Ding auch bekommen. Yo, ihr geht voll ab, yo. Yo, ich krieg das Ding nicht, yo. Scheiße. Okay, der Erste ist durch. Wie, die Erste Runde, ne? Ja, Erste Runde hab ich jetzt grad mal gemacht. So, nein, der Erste ist typisch schon durch beim Ziel, ne? In meiner dritten Runde erst. Du warst jetzt, Corleone ist auch durch, der Zweite, Avenger, äh, Avenger hat selbst Rumpel genommen. Und ich bin Dritter, danke. Ich überhole niemals, Alter, ich schaff die letzte Rampe jetzt auf einmal nicht mehr. Obwohl ich die ganze Zeit gepackt hab, geil. Also am besten ist es, wenn du rüberspringst direkt. Okay, Dary, danke. Dann geb ich einfach richtig fett Gas. Genau. Und das machen wir ja auch. Oh, ich hab auch zwei Leute überholt, bin jetzt auf den siebten. Oder so Jumps, dass du halt, ähm, drunter durch, also dass du halt nicht die Mauer rübern musst. Ich schaff's nicht, der Typ. Ich schaff's grad irgendwie wirklich nicht, ich geb übelst fett Gas und es geht nicht. So, Vierter. Sauber, Avenger. Go, Avenger, go. Go, go, Avenger. Ich hab beste Runde, 51 Sekunden. Nee, ich bin noch von 10. Danke, danke, ne? Sie sind mir gratuliert, danke. Bitte. Ich lieb dich. Ich lieb dich, du liebst mich, äh, ja, wir haben's alle lieben. Ganz doll, äh. Alter, dann explodier ich einfach, fick dich. Enrico, nein. Dreh dich. Scheiß Auto. So, die letzte, ach so, äh. Der Enrico fängt jetzt auch an für Wagner-Steinofen-Pizza, macht er jetzt auch Werbung. Also nicht mehr nur noch für Spaghetti, sondern auch für Pizza jetzt. Was? Da muss er mir auch welche zuschicken. Er hat mir versprochen, dass er mir Montag Miracoli, äh, zu schicken, also ein paar Sachen. Von Miracoli. Er ist auch hier für Steinofen-Pizza, ist er der Teil. Ja, jetzt will ich aber auch Steinofen-Pizza haben. Also, ich will auch Frederico. Ich weiß, es ist kein Steinofen-Pizza-Werbeslogan, aber, ähm, die schmeckt gut. Ihr müsst die kaufen, Wagner-Steinofen-Pizza. Ist das die Ofen-Frische gewesen? Ja, ist mir egal. Okay, die ist geil. Die kauft ihr einfach. Die ist gut. Der Weed wird bezahlt, dass er so die Sachen sagt. Genau. Ne, wir hören jetzt auf mit so einem Scheiß. So, wer fehlt denn jetzt hier noch? Ja, wie so ein Scheiß, ey. Die haben sonst gesagt, die bringen mich um, haben die gesagt. Ja, das sollst du auch nicht weiter sagen. Ehrlich. Auch nicht mit P. Ja, wir sollten damit jetzt wirklich auf uns das glauben, haben wir schon noch manche drehen. Die sind genau wie Kron, die wollen nur Geld machen, die die Werbung machen. Oh mein Gott. So. Ey, ich bin immerhin noch Vierter, also. Das kann ich auch für heute gleichzeitig so sagen. So. Vorhin schon im Rennen eben gerade. Ja, ein Rennen fangt wieder auf. Eins machen wir noch? Ja, los. Los. Starten. Wir haben noch Zeit. Was? Zeit. Das kommt mir bekannt vor. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, nur das ist halt ein anderer Looping. Eine Runde? Ja, weil wir nicht so viel Zeit haben, oder? Okay. Ne, mach drei. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Wir haben genug Zeit. Zwei. Drei. Mann. Ich mache nicht, was ihr sagt, nur was Avenger sagt. Was? Avenger ist Österreicher, hallo? Gorko wird nie wieder der Host. Ja. Herrlich. Letzte Spieleliste, die er führt. Alter, wer wettet denn auf mich? Wer wettet auf mich? Das bringt doch eh nichts. Wer wettet denn auf mich? Das ist immer die Zahl neben der Zahl rechts, oder? Äh, ja, die blaue halt, ne? Das ist die Zahl, die auf mich gewettet wird? Ja. Achso, dann sind es 3200. Wieso macht das jemand? Was? Jemand hat auf mich gewettet? Ey, wir wetten hier alle. Was ist denn das? Ist das irgendwie neu, dass bei jedem das irgendwie steht? Dass jemand auf mich wette? Das ist nochmal die krasse Scheiße. Ich muss mich duschen, Leute. Mein Gesicht. Das Make-up hat sich schon eingebrannt. Das war auch ein echt, ey. Ist so warm hier drin, ey. Abartig ist das. Gut, konzent. Ja, wir duschen wir später zusammen. Vielleicht. Oh, okay. Also das vielleicht, dass da... Das ist schon mal was. Wie soll ich denn da hochkommen? Achso. Weiß nicht. Ich hab Hex, ich kann hochfliegen, also. Was? Ich sollte... Ich dachte erst, dass man in diese Container reinmüsse beim ersten Mal, aber nee, leider nicht. Das werden nämlich noch geiler. Hoch? Ich hab den Lobby komplett gepackt, Alter. Ich auch. Ich hab mich einmal gelenkt, ich bin... Ich auch nicht. Einfach mal... Alter, Beryl! Ich musste lenken, weil ich ein bisschen zu weit an der Seite bin. Alter, Weed. Geil. Der Weed erkennt nicht immer an seinem gelben Entity. Ja, ne? Das ist meine Farbe. Ja. Pissgelb. Brenngelb. Boah! Wenn ich den stehe. Ja! Zwar nicht richtig sauber, aber geil. Geil. Ich wollte grad sagen, fuck the system und an den Rampen vorbei, aber das geht ja gar nicht. Da sind ja überall so Container. Also doch nicht fuck the system. Nein! Mein Auto zieht zur Seite, wie soll ich den Looping so schaffen? Ich hab die Barolo. Wohl verkackt. Nein, ich hab's nicht gepackt. Ich bin rausgeflogen. Ach, du bist noch weit, Mann. Scheiße, ich hab verkackt. Jetzt hab ich... Ich bin auf dem neunten. Ich bin auf dem zwölften. Ich bin auf dem vierten. Sauber, Alex. Ja, ne? Jetzt bin ich auf dem sechsten und auf dem siebten. What the fuck? Was geht ab? Komm, komm, komm. Entity fährt ganz alleine, ohne dass ich lenke. Einfach auf den... Einfach hier hoch. Auf den Kock. Auf den Kock. Aua. Das tut weh. Nein. Dreh, danke. Doch. Oh, Mann. Alter, ich bin voll in der Ölbild drin gelandet. Ja, in mir. Alex, danke für den Blurhauts. Bitte. Oh, da fliegt grad einer runter. Das hätten wir mal in Kontakt machen müssen. Nee. Ehrlich gesagt, nee. Ja, richtig. Alter, ich hab doch den einen überholt. Ich bin wieder dritter, danke. Ähm. Der ist explodiert, also. War nachher letztens gemacht. Loop. Fuck, ey. Alter, muss... Alter, nein. Muss nochmal durch die Scheiß. Das sind eigene Fahrzeuge lieber, wenn die explodieren nicht gleich. Ja, aber das ist das dann wieder Scheiße den anderen Leuten gegenüber. Das ist mir egal. Dem euch gegenüber, oder was? Eigentlich ja. Hör mal die Lobby an. Okay, Ameisen noch. Und sonst sind alle überholt. Der Ameisen hat auch super Sport. Ich hab irgendjemanden noch überholt. Aber jetzt Avenger, glaub ich, punktgleich mit mir. Boah, irgendwer hat 12.500 gemacht. Auf jeden Fall die Leute, die auf mich gesetzt haben. Tut mir leid. Scheiße. Und die Leute, oder die Personen, die auf mich gewettet hat, lieber nie auf mich wetten. Ey, ich wette immer auf dich, ey. Ich schwör. Die Chance, dass ich mal gewinne, ist als er gewinnt. Wettem auf, ja. Ist alles abgekatert hier. Alter, Brokebone hat zwei Rennen heute gewonnen, ne? Sauber Brokebone. Voll den Lauf hier. Dragonbone. Du älst doch das Drachenblut, was verlangst du denn da von dem? Dragonbone. Dragonblood. Oder Dr. Brokebone. What? Avengers sogar. Professor Dr. Brokebone. Okay. So, dann war's das. Erstmal, da wollen wir auch noch das eine machen jetzt. Nee. Nee, drei, drei. Drei, 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 drei. Mann. Ja, wenn nicht, machen wir das noch und dann machen wir zu einer anderen Folge was anderes. Das so offen lassen? Ja, den Grand Prix, den machen. Wenn ihr erfahren wollt, wer den Grand Prix gewinnt, müsst ihr die nächste Folge auch 100% sehen. Okay, alles klar. Machen wir Lobby erstmal zu, damit die Zeit nicht abläuft. Ja. Okay, alles klar. Dann danke fürs Zuschauen. Und ja, lass mich überraschen. Wer gewinnt. Tschüss. Tschüss.